Biografien zur Weltgeschichte Lexikon Heinrich I., um 876 geboren, 936 in Meimleben gestorben. Deutscher König seit 1919, Angehöriger des sächsischen Adelsgeschlechts der Ljudolfinger. Nach dem Todes seines Vaters, Ottos des Erlauchten, Herzogs von Schwaben, erweiterte Heinrich seine Macht in Südostsachsen, Nordthüringen und Westfalen beträchtlich und behauptete sie auch gegen König Konrad I., unter dessen Herrschaft die Krise des ostfränkisch-deutschen Staates ihren Höhepunkt erreichte. Nach seiner Königswahl im Mai 1919 in Fritzlar brachte Heinrich durch Kompromisse mit den Herzögen Burchardt II. von Schwaben 919 und Arnold von Bayern 921 auf Kosten königlicher und kirchlicher Rechte sein Königtum im gesamten Reich zur Anerkennung. Lothringen zwang er unter seiner Herrschaft 925 und 928-29 begann er die Eroberung der Slavengebiete zwischen Elbe-Sahle und Oder. Durch Schaffung einer Panzerreiterei und verstärkten Aus- und Aufbau von Burgen bereitete sich Heinrich auf die Auseinandersetzung mit den seit Ende des 9. Jahrhunderts regelmäßig einfallenden Ungarn vor, die er 933 im Gefecht bei Riade und Struth besiegte, Mit zunehmender Erstarkung seines Königtums begann Heinrich die 919 bis 921 den Herzögen überlassenen Rechte, Kirchenherrschaft, selbstständige Außenpolitik wieder abzubauen und gestaltete sein Verhältnis zur Kirche wieder enger. Heinrich schuf die Grundlage für einen relativ starken deutschen Staat. Mit der Erhebung eines nicht zum Geschlecht der Karolinger gehörenden sächsischen Herzogs zum König fand der Verselbstständigungsprozess des Ostfränkischen gegenüber dem Westfränkischen Reich einen gewissen Abschluss.